Was glaubt man uns die Fighter Osaru hier und was ist das? Ein neuer Skin darf ich präsentieren Gentleman Osaru Freunde jeder Gentleman, ich hab zu viel Zeit mit Sanji verbracht Ich bin zu viel mit ihm rumgehangen, ich wurde zum Gentleman im Jump Force Und jeder Gentleman braucht auf jeden Fall irgendwas Rotes an sich Deswegen haben wir die rote Smokingjacke angezogen oder Anzugsjacke Und diese Stiefel, diese Stiefel killen mich Freunde Aber Gentleman Osaru ist ready, ich hoffe ihr seid es auch Deswegen machen wir mal einfach weiter Und gehen mal direkt zu den Missionsdresen um zu gucken was was abgeht Ich hab mir auch neue Abilities gelegt Ich hab auf R2 Kreis Onyx Shirod gelegt Und auf R2 Dreieck Willensbrecher Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an Die Superdeck, die Ulte hab ich auch so gelassen Ich hab ein bisschen gelevelt, so arg nicht Weil die hat mir gesagt, vielen Dank dafür, dass ich auf jeden Fall mal mein Level erhöhen sollte Weil meine Charaktere an sich ein bisschen Low Level sind So viel hab ich das nicht gemacht, ich bin auf Level 25 Das wirst du schon sehen Naruto, die guten Langen BD Also hör zu Das hier ist die Drei-Mann-Zelle Drei-Mann-Zelle? Drei-Mann-Zelle? Das ist Fake Für die Chance gerne nutzen, euch über die Drei-Mann-Zelle aufzuklären Wenn es unbedingt sein muss, bin ich ganz oah Let's go, okay danke, fangen wir an Karachi sieht geil aus, wenn ich den haben die gut gemacht Aber was ist die Drei-Mann-Zelle? BD Gab es das in der R2? Nein, ich glaube nicht Drei-Mann-Zelle Er ist da nicht verwechselt irgendwas Oder hab es nicht mehr Im Kopf gescheit Drei-Mann-Zelle Drei-Mann-Zelle Und los geht's, was die Formation angeht Trunks, du arbeitest bitte mit Sabo und Shiryu zusammen Irgendein Grund, warum du gerade uns drei ausgewählt hast Irgendein Grund, warum du uns gerade drei ausgewählt hast Mit deinem Nacken, Digga, was los? Nein Es gibt keinen Grund In diesem Fall ist das Fehlen eines Grundes der Grund BD Man weiß schließlich nie, wie Mit wem, mit wem man im Kampf zusammenarbeitet, nicht wahr? Oh, wow Du hast es kapiert, danke Schau Naruto, du arbeitest in der Suche um Gons zusammen Zeige ihnen, was das... Wo bin ich? Ich bin der Main-Shot in diesem Spiel Wo und wohin? Wo bin ich? Da hab ich mir extra meinen Gentleman-Skin angezogen Und dann darf ich nicht mal spielen Ey, ganz ehrlich Ich werde ignoriert Keiner fragt, ob ich Hunger hab Ich wechsle meinen Skin Ich wechsle meine Klamotten Niemand fällt es auf Niemand wird mit mir spielen Was ist da los in diesem Spiel? Involvieren sie mich Ich hab ein Avatar erstellt Ich will spielen Nicht mit den anderen Verstehen Sie? Oh, my God, man Ja, legit Geile Drei-Mann-Zelle Ja, Mann-Fans Hört auf zu grabben die ganze Zeit Oder ich pack dich mit meinem Schwert Brrrr-Bow Komm ran Brrrr- Oh, la va Das ist doch perfekt Das Timing Das Spielkamer aber nicht hinterher Weil ich so perfekt getimed hatte Man kennt es Gibt es tatsächlich Passiert ab und zu Komm ran Komm ran muss aber noch acht jahre trainieren und du bist so kage? und du bist so kage? ich zeig mir wie wir es machen eine revolutionsarmee brrrr brrrr ok, es war Müll oh, Shiryu trat nicht aus next oh oh bedessen sie guck mal am Anfang so habe ich total die O-Bahn und dann warum es geht auf einmal alles sieg's an mir oder was mach ich? mal sch smacher blöck br oh mein Gott Mein Finger ist immer drauf zum Schützen. Immer, immer. 4, 2, 1, 7. Stopp. Was war das gerade? Ich habe mich dauernd geschützt. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein, Digga. Komm du mal ran jetzt. Guck mal, ich habe ihn sogar gegrabt. Wenn ich jetzt den Kampf verliere, dann kann es das einfach nicht sein. Dann ist das Spiel einfach... Keiner weiß. Naja, das ist die Mühe, haben wir noch gewonnen. Oh, schöne Haare. Ja, darf ich jetzt mal bitte selbst spielen? Bitte, ich habe meinen Avatar erstellt. Bitte involvieren Sie diesen Avatar in das Spiel. Ja, die anderen sind cool. Aber ja. Ich finde... Ich bin extra den Gentleman-Skin angezogen. Extra, wirklich. Ich finde ihn so cool, diesen Skin. Und ich will diesen Skin nutzen. Verstehen Sie? Danke. Okay, das reicht. Ja, geile 3-Mann-Zelle. Danke es aber. Danke für die, die uns nicht zu danken. Danke. Ciao. Das war meine Erfahrung. Danke. Manche sind wirklich sinnvoll, mit anderen Leuten zu trainieren. Macht Sinn. Jawohl. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wo war mein Charakter jetzt? Ich frage mich, was hat er zwischen der Zeit gemacht? Hat er Dukan gespielt? Hat er sich Mädchen klar gemacht? Hat er einen Kaffee getrunken? War er allein zu Hause? Was hat er gemacht? Das fühle ich mich. Wahrscheinlich poppt er jetzt einfach so auf, als wäre nichts. Ja, der Arme. Der kann ja auch nicht mal reden. Der kann nicht mal sagen, was er fühlt. Das ist ja das Problem. Diese Trainingsübung war zwar primär auf euch drei zugeschnitten. Ich weiß schon, was du sagen willst. Jotaro. Immerhin habe ich auch... Auch wir... Das nächste ist immer... By the way, Jotaro. Im Anime Jojo's Bizarre Adventure kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ja ab und zu gesagt, dass ich den Anime grad anschaue. Ich bin jetzt Staffel 2. Also Staffel 2 ist da. Die Staffel mit Jotaro. Bin echt auch schon was abgeben. Und mit Dio. Savardo! Aber. Jetzt machen wir mal weiter. Das war schon eine Schüssel, bis du das gerade gemacht hast. Hilft Piccolo und Ichigo. Alright. Wenn ich helfen darf, dann macht es gerne. Auf jeden Fall. Aber wenn ihr mich nicht wollt, dann sage ich danke. Ciao. Und das war es dann auch schon. Ich merke gerade, ich rede wie am Fließband. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich Sonntag nehme ich das Ganze auf. Schönes Wetter. Geheule Nachts. Aber. Genau. Ja, endlich. Guck mal. Gentleman. Alles gut. Gute Augen. Gute Narben. Oh. Galena! Galena, ich habe ein Skin. Kommen Sie. Galena, wie gefällt ich dir? Oh, Galena. Schon ein hübsches Käfer, sage ich mal. Oh, mei. Hä? Was war das? Wollen Sie mich küssen? Oh, nee. Piccolo. Geht das so schön mit euch, oder was? Ihr Lappen. Zwei kleinen Lappen hier. Was ist da los, da man? Kommt ran. Mit einem neuen Skin frecht euch die Nase. Die virtuelle Nase wird gebrochen jetzt. Komm, ihr zahlt gegen mich. Oder wollen sie gegeneinander kratzen? Hä? Ja, was jetzt? Erst gegen den anderen, dann gegen mich oder das? Galena! Oh, Galena. Oh, was geht ab? Okay. Ähm. Hä, hä, hä. Machen wir mal einfach weiter jetzt. Jawohl, genau das will ich sehen. Kommt her. Droh! Und mein CD-Handler. Ich hab's Gefühl, mit CD-Handler kann ich gut irgendwie noch mal nicht sein. Aber man kennt die CPUs, die sind im Dauerschutz. Deswegen, Tipp, einfach grabben. Einfach grabben, solange es geht. Und so oft es geht. Grab den shit draus. Egal, solange es funktioniert, funktioniert es. Du du duuuin. Puhぷ, puh、 puh, 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 puh. Wo? Oooooooo! Kipps da! Matasetana! Baka mischt. Baka mischt. NOh! Schon die geilen... Es ist eine geile Fähigkeit. Oooooooooooooooo! Oooo! Also ich habe den gegrappt. Ich hab den Fett gegrabt, aber richtig gegrabt. Oh oh. Die Shauna macht mal. Nein! Nein! Ich gewinne es noch, mega. Komm ran, komm ran. Komm ran. Ja, guck mal. Oh, Hadef, bitte. Spam wird's angefordert. Da hast Piccolo's das aus dir gebraucht. Kann ich auch können. Komm. Komm. Ist ein psychisches Spiel jetzt. Komm. Komm. Hey. Ja, ja, ja. Biet. Wenn das dich nicht bekommt. Ist ne super Tag. Hbf bitte. Das sind die Psychospiele! Was soll's mit dir Piccolo? Das ist da clean. Schön geduldig. City Hunter. Easy. Easy. Genau das sind die Psychospiele. Den Gegner lesen. Ah, jetzt genau das war's, Freunde. Das war geil, und Spaß. Da haben wir den Gegner gelesen. Ja, was ist los? Angriffe gespammt hast du? Ja. Ihr zwei, ihr zwei Knaben. Oh je, ich sag euch. Bereitet mir ja keine Schwierigkeiten vor. Ich sag's euch. So. Hier geht es weiter. Oh, oh, oh. Ich hab' noch mal auf das. Ich hab' noch mal geblieben. Ich hab' noch mal geblieben. Ich hab' nicht mehr geblieben. Pekcolo. Das sind die beiden. Tja. Ich hab' noch mal geblieben. Es hat auch einiges, was passiert. Pass mal besser auf. Und das ist auch ein Mensch. Ey, lass mich aus dem Spiel, ja? Auf einmal habe ich was zu tun, oder was? Guck mal, das ist so geil. Lass sie einfach miteinander interagieren, oder? Was sag ich mit Angela? Ich sehe so cool aus. Kalina! Kommt du, Kalina! Wie haben die den so gemacht? Ja! Kalina und Angela! Was mit Angela, Freunde? Geht mal zu der Dame hin. Was macht Sanjimi? Ja. Ansonst mich. Ich habe nichts von der Seite an. Es ist mir egal, ob es dir gut ist, oder nicht. Ich habe mich in der Nähe gesehen, oder? Ich habe mich in der Nähe gesehen, oder? Ich habe mich in der Nähe gesehen, oder? Nur weil du deinen Drecks Death Note nicht hast, oder? Mal langsam, Junge, ich sage es dir. Ja, du bist es. Ich weiß es, dass du es bist. Ich bin nicht so unschuldig. Ich habe die Musik in der Nähe nehmen. Es ist nicht so gleich. Ich habe mich in der Nähe gesehen. Ich habe auch in der Nähe gesehen, oder? Ich habe auch in der Nähe gesehen. Ja. Es ist doch logisch. den ab ich hab gesagt wir ihn auch ja ja doch ist ihm dass du ein von den überfällst eine grinsenfresse ja so sagst du ja oder wir sind noch eins ich habe ich kreiert ich habe nicht erstellt du sagst das was ich dir sage was machst du ja 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 oh blaue missionen alle achtfacher schwertanz kommt alle jetzt bin ich auf achtfacher schwertanz Das muss wahrscheinlich Zorro sein, ne? Shishisumson war jetzt nicht acht Schwerter, aber ja. Ist das etwa schon alles? Nimm schenk dich doch schon an. Oh my yeah. Okay, los geht's. Mach von deinem Training Gebrauch und versuche, dir den ein oder anderen Move von mir abzugucken. Der Schatten. Ey, korrekt. Die ganzen Schwertkämpfer kommen. Wie ich sehe, bist du ein schöner Lehrer, Zorro. Vielleicht übertreibt er sogar so ein wenig. Hast du das gesagt? Denkst du nicht, dass du Asta etwas zu hart reinnimmst? Wenn er damit nicht zurechtkommt, wird er uns im Kampf nur im Weg sein. Aggressiver Attacke. Ey, wie geil! Alle Schwertkämpfe kommen. Ich bin Schwertkampf-Fanatiker. Ich liebe Charaktiere, die Schwerter nutzen. Weißt du warum, aber schon seit meiner Kindheit habe ich das gemacht. Das ist richtig geil einfach. Ich so. Und das ist einfach nur so cool, dass Law auch ein Schwert hat. Auch wenn es nicht so oft eins ist, aber trotzdem, ich finde Law brutal cool. Ich freue mich auf Law, wenn es nicht so kommt. Mit dem Dier-Zie. Komm ran, komm ran. Was? Ich habe Angst. Komm ran. Du redest mit Zorro. Dieser Quentschenei. Was will der mit seinen lila Pupillen? Mit seinen lila Augen. Leo! Schwertkämpfer. Wie cool dieser Quentschenei. Ja, ja. Du denkst auch, du kannst mir... Hey, Zorro, bitte brich. Brech ihm nicht nur die Nase. Brech ihm sein Schwert. Das ist... Demut pur. Demütigen. Ein Schwertkämpfer, ein Schwert nehmen. Zack, brechen. Brutal zu sein, als Zorro auf einmal diesen Mr. Tralala besiegen konnte. Der war eigentlich auch aus Stahl oder was auch immer der war. Und der hat mich einfach zerstört. Hey, ich will Zorro sein. Ja, der kann mich ruhig dampfen. Das ist zwar eine Kombo. Eine Kombo war das. Aber ich wollte Zorro sein. Bin nicht dieser Quentschenei. Was ist das? Was machst du? Mach irgendwas! Was macht dieser Quentschenei? Der geschieht dir recht. Ganz ehrlich, ich will diesen Kampf nicht mal gewinnen. Ich bin auf Zorros Seite. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich Kenshin spielen muss. Von mir aus kann ich mich verlieren. Das ist der Kenshin, lüge mich nicht. Ich bin auf Zorros Seite. Aber weil wir das Spielerspiel. Und wir weiterkommen müssen. Und wir keine Wahl haben. Weil niemand den Otsa gut fragt. Müssen wir einfach das annehmen. Ich schütze mich, wie ich Schadens mache. Es ist unglaublich. Das wird nichts, ich sehe es schon kommen. Das wird nichts, das könnt ihr vergessen. Ganz ehrlich. Was ist das? Das ist doch unfair. Als ob ich jetzt hingehe und den Lappen Kenshin nur für diese Mission trainiere, sein Level. Der juckt mich nicht. Was soll das? Wieso hat man das so schlecht geregelt? Als ob ich jetzt offscreen eine Stunde diesen Kenshin, den Lappen trainiere und damit ich nur diese Story Mission schaffe. Warum? Setz dich doch auf den gleichen Level. Ich schütze mich, Mann! Ey, kein Bock mehr. Ich war die ganze Zeit in Dauerschutz. Das ist doch nicht am Ernst. Das Spielpacht einfach. Ich war in Dauerschutz einfach. Verarsch mich doch nicht, Mann. So unlodig. So unlodig. Wow, geil. Nein. Das ist mit dem falsch angelegt. Mit dem falsch, das war der Comeback des Jahres. Kenshin ist gar nicht mal so schlecht, ich nehme alles zurück. Der hat schon eine gute Kommst drauf, so ist es nicht. Aber unbalanced, das kann es nicht sein. Ich habe mit diesem Kenshin nie gespielt. Ich hatte nicht mal die Chance mit ihm in der Story zu spielen. Wieso soll ich mit dem außerhalb davon trainieren, dass wir weiterkommen? Kein Bock auf sowas. BD! Setzt Level gleich und fertig. Du bist so ein schlauer Hund. Wieso wird Zorro jetzt als Lappen dargestellt? Zorro ist viel besser als Kenshin. Spaß! Ich kenne Kenshin nicht. Oh je, was tue ich jetzt denn? Keine Ahnung, Kenshin ganz ehrlich. Na ja Freunde, ich würde sagen, das wäre es glaube ich auch. Es sei denn, kommt gleich eine Zwischensequenz. Ansonsten war ich ein ganz cooler Part eigentlich. Die Kämpfe waren cool. Die haben mir gefallen jetzt. Jetzt außerhalb von dem, was da am Ende da abgeht. Aber gut. Wir haben es ja schlussendlich immer noch geschafft. Oder letztendlich doch noch geschafft. Ich hoffe das hat euch gefallen. Und wenn Ursula sagt Tschüss. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.